Tiefluft! Tiefluft! Toll Bilbo! Super! Voll geil! Koro in den dünn! Koro in den dünn! Din daron de sonori! Oh Gott! Nein! Toll! Ha 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 ha! Koro in den dünn! Oh Gott! Toll! Und jetzt? Hallo? Okay, ich steig mal kurz aus! Hallo! Hallöchen! Wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt das Tor irgendwie aufkriegen! Sonst haben wir ein Problem! Ey, nix da mit dir mein Freund! Ähm, mal kurz durchatmen! Durchatmen! Puh! Okay! Warte geht's! Ja, komm doch her und spiel mit! Oh, Entschuldigung! He he he! Okay, da geht's nicht weiter! Sehr schnell schnell! Nix da mein Freund! Aua! Bam! Weg mit dir! Weißt du? Immer die Leute, die die Party stören müssen! Hey, wir wollen auch mitmachen! Ja, klar! Nix da mein Freund! Du brauchst gar nicht versuchen! Gute Nacht! So, und der will auch nochmal kuscheln! Oh ja! Zack! Weg mit dir! Oh, ähm, wir kämpfen irgendwie aneinander vorbei! He 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 he! So! Und du hast auch, auch! Komm! Ab mit dir! Ach ne, Leute! Jetzt kommen auf einmal überall irgendwelche mit irgendwelchen Silberrüstungen! Die auch noch spielen wollen! Ich hab keine Zeit für euch! Wir müssen hier abhauen! Das geht nicht, Leute! Das könnt ihr nicht bringen! Juhu! So, und du auch noch! Und der andere auch noch! Komm her! Jawoll! So, was haben wir jetzt hier? Was können wir jetzt hier machen? Hier können wir eigentlich ausbuddeln, aber... Oh, ne! Also, jetzt wollen sie es echt wissen, ne? Komm mal mit, mein Freund! Komm mal her! Weg mit dir! Bäm! Gute Nacht! Okay, okay, ich hab's verstanden! Ich hab's verstanden! Ähm, erstmal den hier weg! Kuscheln! Dann nehmen wir den Bogen mit! Schnell, schnell, schnell! Woah! Hilf mir doch mal! Ah! Ah! Und zack! Entschuldigung! Muss jetzt leider sein! Weg mit dir! Du Witzfigur! Die kleinen Orkis! Die Orkis! Die Orkis! Komm! Hau ab! Wie gesagt, ihr seid nicht eingeladen und deswegen dürft ihr hier auch nicht sein! Ne? So einfach! Ungebetene Gäste kommen hier nicht rein! So, was haben wir denn? Was müssen wir jetzt da machen? Dann müssen wir wieder zaubern! Aber das geht doch gar nicht! Wir können nicht zaubern! Ähm! Wir müssen das Tor irgendwie aufkriegen! Aber wie? Okay! Warte mal! Huah! Uah! Das sieht doch gut aus! Weiter geht's! Und vergesst nicht zu lächeln, Leute! Also ne, das finde ich jetzt nicht so gut! Ja! Weiter Wasserbahn! Kannst mal ein bisschen aufhören zu bluten! Man versteht überhaupt nichts! Die Meister schützen! Oh geil! Wuhu! Wuhu! Wo kommt eigentlich dann... Kommt eigentlich auch ne Stelle, wo man dann äh... äh... Fotos schießen muss? Oh, was machen wir jetzt? Ah! Ah! Weg von mir! Hau ab! Geh runter! Hilfe! Ja, dankeschön! Alter Schwede! Die sind aber auch lästig, die Burschen, ne? Guck mal, jetzt werfen die auch noch Steine ins Wasser! Die sind voll unverschämt! Ey! Weg mit dir! Aua! Aua! Ey, was macht der denn? Hilfe! Geh weg! Boah! Wie soll ich den denn kaputt machen? Oh nein! Huuu! 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 Oh Gott! Geh weg! Weg mit dir! Weg mit dir! Jawoll! Jawoll! Gib ihm! Nice! Schöne Sache! Schöne Sache! Und bitte anschnallen, ja? Ah! 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 Komm schon! Runter mit dir! Das ist mein Fass! Dankeschön! Tschüss! Huuu! 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 Das ist aber ein langer Fluss, ne? Das ist ordentlich was los hier! Hallöchen! Und wieder einer, der spielen will! Dann soll man spielen, ne? Ah! Kämpfen bitte! Kämpfen, komm! Na komm! Kleine Orkilein, hä? Ja komm! Putt, 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 putt! Komm! Gute Reise! Sehr gut, Männer! Kann das sein, dass wir die ganze Zeit im Kreis gefahren sind? Haha! Oh! Ähm! Ja, das ist jetzt doof! Alter, was? Na super! Alter, wie geil! Dann komm mal her, Freunde! Huuu! Huuu! Juhu! Juhu! Party! Ihr wollt tanzen? Dann tanzen wir! Oh ja, das ist mein Kampf, Freunde! Das ist mein Kampf! Wartet kurz, Männer! Ich muss hier noch ein bisschen... Ja! Das hat schon seinen Sinn, was ich hier mache, ja? Vertraut mir einfach! Hallöchen! Wagen! Hahaha! Bäm! Tschau! Huch! Das ist aber jetzt nicht so gut, glaube ich, ne? Oh. Okay. Schön wegballern, schön wegballern. Zack. Wo sind die Nächsten? Juhu. Oh, guck mal, ein Bienenstock. Okay, den hab ich noch gar nicht... 18 was? 18 müssen wir töten? Ernsthaft? Okay, 16, äh, 2 haben wir schon. Ja, Mann, wir sind die Meisterbogenschützen. Oh, ähm, warte mal, ey. Oh, Alter. Das war knapp. Juhu. 2 von 5. Der nächste Bogen... Bienenstock. Bienenstock. Ja, Mann, wir haben ihn. Okay, 3, äh, 2 brauchen wir noch. 2 Bienenstöcke. Da oben ist er. Juhu. Bienenstock. Jawoll. So, da haben wir schon den Nächsten. Zack. Ich bin Legolas. Die goldene Mähne. Früher war ich mal Pirat, aber heute... ... bin ich ein Meisterbogenschütze. Ich kann alles. Gute Nacht. Schöne Träume. Äh, was? Was? Fahrt weiter! Das Gift ist in seinem Blut. Und bald erstickt er daran. Oh, oh. Tauriel. Das ist nicht unser Kampf. Es ist unser Kampf. Wann lesen wir zu, dass das Böse stärker wird als wir? Ja, eben, Legolas. Was soll denn die Scheiße? Sag mal, findest du das lustig, oder was? Oh, bequem. Den Verließen entkommen. Ja, wir sind, äh, so mehr oder weniger erfolgreich ausgebrochen, sag ich mal. Aber dafür haben wir Bombur in der Fass-Version freigeschaltet. Ist auch geil. Tobi geht's auch in der Fass-Version. Was? Hab ich nie gesagt. Entschuldigung. Psst. So, weiter geht's. Während unsere Zwergenkollegen immer noch mit den Fässern unterwegs sind. Einer wurde ja von Lenen vergiftet, wie wir jetzt erfahren haben. Ähm, ja. Schauen wir einfach mal, ne? Was passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Macht Spaß. Oh, da sind sie ja. Hallo. Ich glaube, wir haben hier oft abgehängt. Ja, klar. Was? Mh, lecker. Sag mal, geht's noch? Nein, nicht die Wurst. Und ihr seid tot. Verzeihung, aber ihr seid wohl aus der Seestadt. Dieser Kahn, den ihr da habt, der wäre nicht zufälligerweise zu mieten. Wir brauchen Essen, Vorräte, Waffen. Könnt ihr uns helfen? Ihr braucht die Erlaubnis des Bürgermeisters, um in die Seestadt zu kommen. Ich finde, in die Stadt kommt man irgendwie auch ungesehen. Ja. Aber dafür bräuchtet ihr einen Schmuggler. Und dem bezahlen wir das Doppelte. Oh Gott. Jetzt müssen wir schmuggeln. Hui. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Mit 20 Zwergen an Bord. Ja, das macht Spaß. Oh, hört einfach mal die Musik. Hui. Okay, da vorne ist die Seestadt. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja, toll. Das ist aber nett jetzt hier. Okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Tschüss. Einfach mal rückwärts mit dem Boot. Klar. Warum auch nicht. So. Bilbo kommt hinterher. Das ist sehr schön. Hui. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Mann, Mann, Mann. Immer diese Zwerge. Aber gut, wir kriegen dafür ja Geld, ne? Also gut. Zack. Ups. Hä, was hab ich denn jetzt gemacht? Jetzt hab ich die Schaufel jetzt grad kaputt gemacht, oder was? Mit Fisch? Ernsthaft? Okay, zack. Okay, zack. Mh, lecker Fisch. Ich weiß zwar nicht, warum die so rumfliegen, aber die werden schon sein, die werden schon ihre Gründe haben. So. Jetzt haben wir auch noch Fisch, das ist schon mal gut. Jetzt bin ich mir mal gespannt, was er jetzt sagt. Ui, scharfe Kurve und weiter geht's. Cool, wir müssen nicht mal lenken. Das können wir alles durch Gedankenkontrolle. Wir haben nämlich damals ein Praktikum bei den Jedis gemacht. Äh, bei den Jedi, meine ich. Und, ähm, ja. Hallo, ist das der Fisch, auf den wir warten? Ja, genau. Ich bin's. Ich war vor zwei Minuten zwar schon mal hier und hatte keinen Fisch dabei, aber ich bin's. Ich bin's. Oh Gott. Wie unauffällig. Folg mir! Pssst. Tobi! Tobi! Ihr habt unser Geld genommen. Wo sind die Waffen? Warum immer Würstchen? Waffen bezahlt. Aus Eisengeschmiedete Schwerter und Äxte. Ey, Würstchen können auch Waffen sein, okay? Tobi! Gut, kann ich sagen. Man findet nichts besseres außerhalb der Waffenkammer der Stadt. Alle geschmiedeten Waffen sind dort unter Verschluss. Ich ahne nichts Gutes, Leute. Ich ahne nichts Gutes. Okay, ich, 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 ja. War ja klar. Ähm, und jetzt? Okay, haben wir hier irgendwie einen Pfeil und Bogen? Nee, haben wir nicht. Haben wir nur diese 0 auf 15 Waffen hier. Ja, geil. Und dafür, dass wir leise sein sollen, sind wir ganz schön laut gerade. Was ist das denn? Oh. Das ist aber nett. Zack. Zack. Können wir das hier auch nicht damit machen? Ah doch, können wir wohl. Aha. Oh, ja, Mann. Trampolin. Ah, ne, äh, ich mein, unsere Stäbe müssen wir ja dagegen, also da drauf drücken. Also ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Und hopps, Adi. Einmal klettern, bitte. Oh Gott. Vorsichtig, Leute. Eine Zwergenwindlanze. Nur ein schwarzer Pfeil von einer Windlanze abgeschossen kann die Haut des Drachen durchdringen. Der Tag, an dem Smaug Tat zerstörte. Hätte er damals sein Ziel nicht verfehlt, wäre vieles anders gekommen. Sobald wir die Waffen haben, brechen wir sofort zum Berg auf. Ja, das wird bestimmt sehr, sehr einfach. Wie alles andere. Jetzt schrei doch nicht hier so rum. Sag mal, sind die denn des Wahnsinns? Okay, ich weiß, wir bauen hier noch diese Steinchen. Das sieht man ja. Damit wir da weiterschieben können, oder? Ja, hey. Der Rätselkönig hat wieder zugeschlagen. Okay, dann müssen wir das Ding hier schieben, ne? Boom. Boom. Und boom. So. Einmal kurbeln, bitte. Sehr schön. Wir haben Feuer gemacht. Ich fasse es nicht. Guck mal, hier habt ihr eine Feuer-Fackel. So, einmal hier rein. Hallöchen. Guckt mal hier, Freunde. Wir haben Waffen. Okay, wir brauchen insgesamt fünf. Es war ja klar. Wachen! Alter, was machen die denn? Was sind das denn für Jackie Chan-Püppchen? Was geht denn mit denen, ey? Sind die bescheuert? Okay, wo geht's weiter? Hier ist zaubern. Zaubern können wir nicht. Das muss der Gandalf machen. Aber bauen können wir. Und das sogar ganz gut. Wir müssen auchhören. Untertitelung des ZDF, 2020